Ich weiß zwar nicht, warum der Continue steht, aber ist in Ordnung. Muss ich nicht wissen. Gut. Dann, wie Nist schon gesehen hat, herzlich willkommen zu Mist of Aiden. Aiden, solltest du das jemals sehen. Hallöchen. Mal gucken, was deine Mists für uns bereithalten. Und dann gucken wir mal, ob das wirklich nur zwei Stunden geht. Ich habe zwar keine Ahnung, aber es hat auf Steam gerade mal zwei Euro gekostet. Ich habe keine Save-Files. Aber okay. Mist of Aiden. Wer nicht? Well, we can make an exception. Okay. Your job is simple. Owner has left the city. So you can get into the house, find a trinket and get out. That's it. My job is to guide you through this. So you can avoid every possible problem. Do you understand? Excellent. Let's get you ready. There was a camera near your headphone. Attach it to your shirt. Will ich das? Use a mouse to look around. Ja. Das Häschen aus diversen Spielen. Das ist das erste Spielzeug, das ich für meinen Sohn gekauft habe. Kann ich? Nein. Da dann. Da dann. Okay. Da staub ich. Da ist es sehr staubig. Da ist eine billige, aber eine tolle Flashlight. Well, the Flashlight is new, so you don't have to constantly look for batteries. Like last time. Turn it on. Check out how it works. Good. Now, inside the house you'll find an alarm system. It's an old one, but I want to be sure you'll be ready. Find the wire cutters and the screwdriver and I'll show you what to do next. Screwdriver is in one of the upper cabinets. Ein Screwdriver. Ein Screwdriver. Ein Screwdriver. Theoretisch ja hier, ne? Das ist ne... Ähm... Sange? Ich frage mich ja wo. Oh. Hmm. Oh. There it is. My masterpiece. Remove the bolts and open it. I need to see what's inside on the camera. Wait a second. I have a problem with the picture. Here it is. Grab the cutters and carefully cut the blue wire. Don't touch the white one. Do you get it? I'll repeat. Cut the blue wire. Warum ist ein Sicherheitskasten aus Pappe? Ich frage nur. Nicht, dass ich irgendjemanden verurteilen würde, aber... So you can follow basic instructions. Congratulations. Kann ich den auch noch? Okay. Now we are ready. Time to move. Get into your car and I'll tell you where to go. Nein? Bist du dieser Aiden? Eventuell? Be prepared. Hallo. Du du. Du du. Ich habe ein Ohrbomb. Ist nicht gut. Schwarzer Bildschirm. Ladebildschirm. Ah. Okay. Der Bald erinnert mich an Slenderman. Ist das nicht sogar der Wald von Slenderman? Ich denke schon. Rennen kann ich nicht. Kann ich... Hallo. Wollt es schwimmen gehen? Äh. Ich soll ins Haus, ne? Will ich da rein? Okay. Ähm. Ja. Springen kann ich auch nicht. Wir sind ein sehr langweiliges Kerl. Dings. Oh. Sowas könnte ich in den Sims auch mal bauen. Ja, ja. Ah. Da begrüßt uns schon ein rotes Lichtchen. Hi. Wir haben einen elektronischen Lock hier. Das System ist ein bisschen kompliziert als unsere Trainingsfusbox. Aber das Grundprinzip ist das gleiche. Warum muss ich dann den grünen... Wollte gerade fragen, muss ich dann den grünen kaputt machen? Äh. Blau. Ähm. Da gibt's keinen blauen. Aber einen grünen. Und einen schwarzen. Da gibt's keinen blauen. Schrei mich nicht an. Okay. Gut. Puh. Ich check die Linie. There was no signal to the police. Move on. Blau. Okay. The door is open. Oder ich bin farbenblind. Kann auch sein. Ähm. Wie hängt es da? Ich frag nur. Was, was, was? Und niemand will ever know, dass du hier bist. Hier. First, find the kitchen. If my blueprints are correct, you need to go through it to get to the office. Okay. Die Küche. Hier sieht's aber aus. Oh. The former family of our bachelor. Hey. Hey. This kid looks just like yours. I'm not implying anything, but maybe your wife knew this guy. Don't be so mad. I'm just kidding. Uh-huh. Uh, this is a picture of a young family. The husband is tense. It seems that his wife is afraid of him. Okay. Äh. Küche. Was ist das? Warum wachsen da... Oder sollen das Kristalle sein? Keine Ahnung. Äh. Pff. Ja. Hallo. Sollten wir das? Bist du dir da wirklich sicher, dass wir das sollten? Der Herr sagt eher so nein. Hallo. Guten Abend. Ist jemand da? Äh. Äh. Klar. Ja. Sicher. fühle ich mich auch gleich viel sicherer das ist der beinahe stand das cover den stains also rechte muss das ist aber da und das ist strange die owner auf der haus es war der bunch of building materials and scientists order was a fake name warum also ich kann zum wow dazu ist war stil da oben plant square h timber hardwood face ja ja gut hallo ist jemand zu hause herzlich willkommen zu mist of aiden wer auch immer hier wohnt ist nicht gerade reinlich okay das war der hund ist ganz normales verhalten ich habe ein fernseher gefunden ich höre musik kein signal ach das ist ein nein das ist ein buch keine kassette der bewegt sich aber auch so fucking langsam schrei mich nicht so an ich habe gesehen dass die tür zu geht habe ich aber erschrocken weil er geschrien hat man warum schreit er mich an nein aber da hat jemand gerade die tür zugemacht wie du vielleicht gesehen hast also ich habe das gesehen glaube ich und ich habe es mir eingebildet von dahinten wir sind hier nicht alleine aiden bist du da war garantiert die putzfrau sicherheit es sind immer die putzfrauen ich gehe jetzt da rein und dann kommt garantiert ein jumpscare nicht wahr pillen das ist meiner danke möchte noch jemand vorbeikommen ich bin gerade da und ich habe auch mein headset sehr laut klopapier geiles rohrsystem ja ja mhm hallo bitte tut mir nichts jumpscare möchte mich nicht zerschrecken außer das bild hm geht nicht der ist aber lang pinkeln ich glaube ich telefoniere mit zu bin mir auch nicht ganz sicher halt die klappe hm ein bernhard dinner hallo ist jemand da warum gibt es hier keine lichtschalter eine alte kassette mhm rrrr ja calm down it's just me your friendly inner voice what's up why is everything dark ähm du hast das licht ausgekackt äh insert video gucken video gucken video gucken film abend vierter juli 96 vierter juli juli 96 nicht verlassenen haus das eigentlich verlassen hätte sein sollen ohne licht ganz standard und jetzt ist die tür auf natürlich irgendwas erschreckt mich gleich wieder moment ich mach mein headset ein bisschen leiser ok hier ist ein studie jetzt musst du dich sicher finden ein saver wo haben wir den denn armer fuchs äh du bleibst aber da oben oder gut weh du brichst deinen deal und du bleibst bitte auch da oben so standard yes here is where our trinket lies open the safe grab it and you can go home short notes is a cheap frame it looks like note that my father start to write when his alzheimer begun to take hold keep repeating and not forget we've been married for seven years it served four of them when i returned she destroy everything in three months and i was left alone family of one sieben vier drei eins nice now grab this trinket and we can leave wow wow this is a very expensive if i can sell it all of our problems will go away ich interakte es passiert nichts oh ich dachte da steht jetzt was was haben wir hier okay immerhin hat er ein bisschen Ehre aber sind wir ein sind wir ein Dieb ja ich habe die Tür nicht zugemacht by the way aber ich glaube wir sind ein Dieben ne okay das hat mich erschrocken what? what's happening? hold your breath and look for a way out ähm come on there must be another way out bestimmt den da weg oder? leave now ja das habe ich ein bisschen erschrocken auch nur ein bisschen ja 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 alles gut ja ja der Furzschrank so ist es ich sage er wird telefonieren mit zu La 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 Pour poser Ich möchte die Hunde freilassen Hallo Lecker Jaja, ich bin ja schon dabei Gerade ist es sehr linear Ich habe zwar eigentlich die andere genommen, aber ist in Ordnung Das wird nicht so einfach gehen Nö Heute nicht Die Hunde haben aufgehört, oder? Nein Kann ich das echt einfach so aufmachen? Ich muss doch gleich weg Obwohl, ich kann nicht rennen Oder ist das so ein Spiel, wo ich rennen kann, wenn ich rennen muss? Kann ich die wegschieben? Entschuldigung Das hat sich aber so dämlich angehört Es ist keiner daheim Ich kann nicht rennen Okay, Shift funktioniert nicht Boah Ja, ja, ich mach ja schon Heilige Äh, wohin? Und jetzt Kann ich jetzt raus? Okay Ja Ich will hier nicht mehr sein Ich beeile mich ja Und nun? Hä? Was? Was ist da gerade passiert? Oh, wir gehen Flammen auf Hi Nein, bleib tot Was? Was zum? Hallo? Ähm Achso Ja, gut Hä? Und jetzt? Gehen wir heim? Ähm Ähm Dieses Spiel ist sehr merkwürdig.